Ja, am Ende 5-0, klar verdient, aber es war nicht so einfach wie man denkt, wir haben gelitten in der 1. Halbzeit, wir haben die Gelegenheit die 2-0 zu machen und der 1. Halbzeit, das haben wir nicht gemacht, sie waren immer gefährlich bei Counter, aber das kann nicht passieren. In der zweiten Halbzeit auch, 1-2 Lars, wir waren nicht weit von 1-1, aber nach dem 2-0 haben wir gut gespielt, wir waren mit mehr Vertrauen auf dem Platz, es war ein sehr guter Fußballland, und es war am Ende 5-0, es war schön zu sehen, die 2-0 war sehr, sehr wichtig für uns. Ja, wir haben, dass wir mit dem Score gewonnen haben, aber es ist nicht so einfach, wie es auf dem Ende 5-0 war. Es ist in der ersten Halbzeit, wir müssen uns und wir haben. Wir hatten, in der ersten Halbzeit, wir haben eine große Herausforderung mit dem 2-0, wir haben, wir haben, und wir haben, in der ersten Halbzeit, wir haben, und wir haben, in der ersten Halbzeit, wir haben, in der ersten Halbzeit, wir haben, in der ersten Halbzeit, wir haben, mit dem Ganzen, wir haben, in der ersten Halbzeit, wir haben, in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, Vielen Dank.